Der spirituelle Name Adi Shakti Adi Shakti ist ein spiritueller Name für Aspirantinnen mit dem Shakti-Mantra oder auch dem Durga-Mantra. Adi heißt ursprünglich, Shakti heißt die kosmische Energie. Adi Shakti ist die ursprüngliche, die uranfängliche Energie. Oder auch die Kraft, die aus dem Ursprünglichen kommt. Und Adi Shakti heißt auch die Kraft, die zurückführt zum Ursprünglichen. Wenn du den Namen Adi Shakti hast, soll das heißen, in dir ist unendliche Kraft. Diese Kraft kommt aus dem Ursprünglichen. Es ist keine beschränkte Kraft. Es gibt verschiedene andere Fähigkeiten und Kräfte, die beschränkt sind. Aber du hast die ursprüngliche Kraft, die ohne Anfang, ohne Ende ist, die immer da ist. Und du willst auch mit Kraft die Energie des Ursprünglichen in die Welt hineinbringen. Und du willst auch, wo auch immer du etwas wahrnimmst, sehen, ja, dort ist die Shakti des Ursprünglichen. Das Ursprüngliche ist natürlich Brahman, das Absolute, das kosmische Bewusstsein. Und das ganze Universum ist eine Manifestation der Shakti, der kosmischen Shakti, der ursprünglichen Kraft. Und du möchtest auch mit Shakti, mit großer Energie, zurückkehren zum Ursprünglichen. Wenn du Adi Shakti heißt, dann mache deine spirituellen Praktiken mit Energie, mit Enthusiasmus, mit großer Freude, eben mit Shakti. Und fühle, dass die göttliche Mutter Shakti durch dich wirkt. Und dann machen wir das. Bis zum nächsten Mal.